Hallo und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4 Hunde und Katzen, meine lieben Freunde. Wir sind endlich wieder zurück und lange waren wir nicht mehr hier in der Asiativ-Familie. Ja, wir waren wirklich lange nicht mehr da. Ja, das lag zum einen daran, dass ich nicht mehr wirklich wusste, was mache ich mit dieser Familie? Was soll ich tun? Oh mein Gott, was ist denn hier nur los? Warum liegen denn hier drei Haufen in einer Reihe? Das ist einfach nur stinkig ekelig. Kann das bitte jemand aufräumen? Und deswegen habe ich mir überlegt, äh, und sie denkt sich so, Snurfs, Snurfs, also das geht gar nicht, sorry, Snurfs. So, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, wir ziehen um und zwar ziehen wir in die Großstadt, denn, ähm, das haben auch ganz viele vorgeschlagen und diese Idee finde ich eigentlich ganz cool, weil dann können wir auch mal dieses Großstadtleben wieder ein bisschen leben und, ähm, ja, wir können das hier so ein bisschen weiter fortführen, dass die halt ein bisschen wenig Geld haben und bei denen nicht so läuft, weil ich meine, wir haben 10.000 Euro, aber 10.000 Simoleons, aber gut. Wir müssen halt gucken, dass wir so ein bisschen, ähm, weniger Geld haben, äh, beziehungsweise weniger Geld ausgeben. Deswegen lassen wir den Haushalt umziehen und ich bin gespannt, wo es hingeht. Jonah ist seinem Schulprojekt nach Hause zurückgekehrt, okay. Ah, ah, Jonah hat ein Schulprojekt nach Hause gebracht, ah, okay. Aber jetzt ziehen wir erst mal um. Ich bin gespannt, wo es hingeht heute. Also wir werden auf jeden Fall in die Großstadt ziehen, in eine Mietswohnung und, äh, dann bin ich gespannt, wie das dann läuft. Jetzt muss ich mal eben gucken, äh, Windenburg, nein, nein, nein. Äh, wo war denn nochmal die Großstadt? Was, Windenburg? Nein, nein. Nein, das war's, ne? Ja, genau, das war San Maschine. Und dann schauen wir mal, wo hier was frei ist. Also, ähm, hier ist nix mehr frei. Hier wohnen schon ganz viele. Also wir brauchen ja mindestens drei Zimmer. Die ist auf jeden Fall noch frei. Die ist auch noch frei. Die ist nicht mehr frei, okay. Was haben wir hier noch? Ein Zimmer, zwei Zimmer, es reicht uns nicht. Was haben wir da noch? Die ist auch noch frei. Ein Zimmer, ein Zimmer, alles ein Zimmer, Apartments. Wir brauchen aber drei Zimmer, weil wir ja noch das Kind haben. Alles zwei Zimmer. Also bleibt uns nur diese Wohnung hier. Und dann würde ich sagen, äh, ziehen wir da auf jeden Fall ein. Hier haben wir noch Grundstücksmerkmale Wichtel. Die kaputten Sachen werden anscheinend über Nacht repariert. Es ist, als würde ein freundlicher Wichtel über diesen Ort wachen. Und Wundermünzen. Sims finden hier häufig ein paar Münzen. Ob es hier wohl irgendwo ein Goldesel gibt. Das ist doch genau meine Wohnung. Ich würde sagen, da ziehen wir hin. Ähm, Möbel verkaufen wir. Dann haben wir 20.000 Simoleons. Also richtig viel. Ähm, die nehmen wir erstmal möbliert, würde ich sagen. Und dann können wir die ja immer noch umräumen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, äh, wie das wird mit drei Tieren in diesen, äh, beziehungsweise vier Tieren. Ja, wir haben ja drei Hunde und eine Katze. Wie das wird, wenn wir da einziehen. Also das ist auf jeden Fall mein Abenteuer, würde ich sagen. Und ich freue mich auch schon drauf. Die Tage kommt übrigens auch noch, äh, also ich versuche es morgen hochzuladen. Kommt auch noch ein Unboxing. Das habe ich für euch noch. Und, äh, da bin ich auch mal sehr gespannt. Vergiss nicht, die Miete rechtzeitig zu zahlen. Ja, also die Miete wird natürlich bezahlt. Und das ist unsere neue Wohnung. Schön. Sehr, sehr schön. Also ich mag es schon. Also ich finde es schon sehr cool. Ich mache mal hier so ein schönes Foto für's Thumbnail. Moment. Eben hier so gucken, wie wir es am besten machen. So, ist doch schön. Ab in die Großstadt, Freunde. Das wird einfach super. Huch, jetzt bin ich runtergefallen. So, da sind wir wieder drin. Ja, dann gucken wir uns erstmal unsere neue Wohnung an. Also ist ja schon nicht schlecht. Also ist schon nicht verkehrt. Hier ist auch das Kinderzimmer. Das ist auch schon perfekt eingerichtet. Ich möchte ja sagen. Und dann haben wir hier ja... Achso, wir brauchen gar nicht drei Zimmer, ne? Ich Idiot. Wir brauchen ja eigentlich nur zwei Zimmer. Ah, egal. Dann haben wir halt noch ein zusätzliches Zimmer. Da können wir dann halt auch noch mal irgendwas hin machen. Dann machen wir hier das Schlafzimmer oder hier das Schlafzimmer. Ich weiß es noch nicht so ganz. Ich glaube, hier als Schlafzimmer ist ganz schön für die Eltern. Oder sollen wir lieber das hier nehmen? Das ist vielleicht ein bisschen größer. Das hat hier auch noch so einen kleinen Raum. Da könnten wir eventuell noch ein kleines Badezimmer dran machen. Dann würde ich sagen, nehmen wir das hier als Schlafzimmer. Dann können wir hier nämlich auch erstmal wohnen bleiben. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenn wir dann nämlich noch ein Kind kriegen. Finde ich das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Warte mal. Du hattest ein Schulprojekt, hast du gesagt, ne? Jetzt muss ich mal eben gerade in deinen Karton hier gucken. Ah, da. Da ist das Schulprojekt. Dann würde ich sagen, stellen wir das mal... Wo stellen wir das mal hin? Am besten hier irgendwo ins Wohnzimmer. So, genau. Und dann kannst du da nämlich direkt dran arbeiten, mein kleiner Freund. Beginnen vorsichtig zu arbeiten. Natürlich vorsichtig, weil wir wollen nicht schlampig sein. Du brauchst gar nicht so rumjaulen jetzt hier. Wir sind jetzt hier und hier ist es schön. So, warte mal. Kann ich dem Hund jetzt hier quasi auch befehlen, dass er selber Pipi machen geht? Ich gucke mal eben gerade. Oder muss ich jetzt immer mit den Tieren gehen? Ähm, Tierpflege. Ne, hier kann ich anscheinend nur spazieren gehen. Also nur selber spazieren gehen. Okay. Also das müssen wir dann noch mal genauer beobachten, wie wir das machen. Der ist sehr traurig, der Hund. Was ist los? Ich frage ihn mal. Hat die Mentalfähigkeit erworben. Sehr schön. Sehr schön. Ach, ich bin gespannt, wie das wird jetzt hier in der Großstadt. Aber ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Dann haben die sich so ein bisschen, naja, vergrößert, verkleinert. Kann man jetzt so und so sehen, ne? Also es ist jetzt auch nicht unbedingt verkleinert. Ach, da ist das Klo. Ich dachte schon, haben wir kein Klo. Es ist einfach hinter der Wand da. Aber cool gemacht. Ich mag das Haus. Ich mag das. Sehr, sehr cool. Wir können es ja auch mal direkt bei den Nachbarn vorstellen, würde ich mal sagen. Warte, ich streiche mal eben den Hund, sonst ist der nämlich traurig. Äh, ich frage mal hier. Er soll mal meine Liebe spüren. Und dann klingeln wir mal bei den Nachbarn. Es ist niemand zum Plaudern zur Verfügung. Das ist traurig. Dann klingel ich mal hier. Apartmentbesuchen. Ah, nee. Ich wollte eigentlich nur da klingeln. Was ist das hier? Ah, das ist, glaube ich, der... Ah, das sind... Ah, Miete bezahlt. Ah, okay. Dann zahlen wir mal unsere erste Miete, würde ich sagen. Dann haben wir das nämlich auch schon hinter uns. 795 Simoleons. Das geht ja noch. Also ich glaube, es wird aber noch teurer. So, dann zahle ich mal. Zack. Miete bezahlt. Wir sind wieder voll da. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal eine Runde hier spazieren. Mit dem Kleinen. Ein kurzer Spaziergang ist drin. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch eine Hundetür reinbauen können. Ich kann es ja mal versuchen. Oder ich gucke mal. Ich glaube nicht. Das wird dann, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da müssen wir halt immer mit dem Hund gehen. Hundetür, Hundetür, Hundetür. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Das ist natürlich ein Problem. Problem. Ne, also da können wir nix, äh, müssen wir immer mit den Hunden in Gassi gehen. Dann müssen wir uns vielleicht wirklich mal überlegen, ob wir, äh, Hunde abgeben. So leid mir das tut, dass wir uns vielleicht dann noch eine Katze holen oder so. Weil das natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn wir hier, warum ist das eigentlich grün? Das ist eigentlich total hässlich, wenn ich das mal sagen darf. Äh, ich gucke mal, was du noch für deinen Job machen musst. Auf Patrouille gehen musst du. Okay, äh, ja gut, das kannst du auch noch später machen. Warum hakelt das denn jetzt so? Warum läuft der denn so hakelig? Sieht komisch aus. So. Hä, wo ist die denn jetzt? Achso, sie ist jetzt, achso, sie fällt, glaube ich, gerade runter. Oder ist schon unten. Ach, da läuft sie. Guck da. Oh. Aber irgendwie cool. Ich komme mal runtergefahren. Hallo. Wo gehen wir jetzt hin? Was machen sie da? Warum stehen sie da so dumm rum? Das weiß auch keiner, ne? Hä? Was machen wir jetzt hier? Äh, 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 äh. Hallo? Was soll es werden, wenn es fertig ist? Ja, guten Tag. Ich gehe gerade mit meinem Hund, Gassi, der hier so in der Wand drin steht. Wundern Sie sich bitte nicht. Ah, jetzt gehen wir wieder zurück, okay. Wir müssen unbedingt mal ein bisschen Sport machen. Aber das können wir ja jetzt machen. Aber ich finde es cool, dass wir jetzt mal hier so in die Großstadt gezogen sind. Und, äh, uns das einfach mal angucken. Das wird dann vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen interessanter hier alles. Vor allem mit den ganzen Hunden wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Napf. Und sämtliche Sachen für die Hunde. Da gucke ich mal gerade. Dass wir das schon mal aufstellen, sonst vergesse ich das nämlich gleich wieder. Dün, dün, dün. Ah, ah, ah. Warte, warte, warte. Wo sind denn nochmal die Hundesachen? Ich vergesse das immer. Ah, hier, genau. So. Dann holen wir uns natürlich diesen Napf, den wir vorher auch schon hatten. Stellen wir den mal irgendwo in die Küche am besten, oder? Stellen wir den hier hin. Da steht er auch nicht so im Weg. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Hundekörbchen. Eigentlich ja in so einer Farbe. Das passt ja jetzt farblich sehr gut. Legen wir einfach mal da hin. Und dann brauchen wir noch einen Katzen-Dingens. Einen Katzenbaum hier, sowas. Wo stellen wir den mal hin? Das ist jetzt natürlich nur so ein mittlerer, ne? Wir könnten auch den ganz großen nehmen. Aber ich glaube, ich würde jetzt erstmal lieber den mittleren nehmen. Hä, wo ist denn der ganz große? Ach, da. Wir könnten auch den nehmen, rein theoretisch. Können wir hier schön vors Fenster stellen. Ist auch nicht schlecht. Sollen wir es so machen? Ich glaube, wir machen es so. Nehmen wir mal den ganz großen. Den gönnen wir uns jetzt einfach mal. Stellen wir mal da ins Schlafzimmer rein. Die Eltern schlafen ja eh hier. Dann kann die Katze da so ein bisschen rumtouren. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir noch... Was brauchen wir noch? Vielleicht so eine Spielzeugkiste wäre nicht schlecht. Dann nehme ich mal diese hier. Die finde ich ganz süß. So einem erfrischenden Gelb. So, dann stellen wir die da in die Ecke. Dann haben wir nämlich auch schon den ganzen Hundestuff. Dann können die sich nämlich hier auch schön beschäftigen. So, und du, mein kleiner Freund, solltest doch... Hallo! Bist du bekloppt oder was ist mit dir los? Er ist voll der Aggressive. Er macht erstmal hier Schmutz. Oh, er ist so müde. Oh, okay. Er muss dringend ins Bett. Ähm, äh... Kannst du bitte wieder aufstehen? Hä, wer sind sie denn? Wer ist er? Warum läuft er in unserer Wohnung rum? Äh, Entschuldigung? Aber ich habe sie nicht eingeladen. Und sie dürfen gar nicht hier sein. So, warte mal. Äh, ich schicke ihn mal ins Bett. Weil ich glaube, er muss schlafen. Dringend. Also, sieht zumindest so stark danach aus. Und du, mein lieber Freund, kochst gerade Essen für alle. Das finde ich sehr schön. Kannst aber auch mal eben dein Futternabvieh auffüllen. Füllen. Damit die Tiere auch was zu essen haben. Ne? Man selber essen und den Tieren nichts geben. Das geht gar nicht. Deswegen erstmal die Tiere und dann man selbst. So, zack. Rein damit. So, was mit dir? Wo bist du? Du bist immer noch am Gasse gehen. Wo ist sie denn? Ist sie schon wieder hier drin? In diesem Ding da? Hallo? Ja, tatsächlich ist sie. Was will sie jetzt? Nach Hause zurückkehren. Okay. Jetzt geht's ab nach Hause. Es ist im Moment Herbst. Es ist frisch. Deswegen tragen wir auch so eine dicke Jacke. Das ist der Typ, der gerade bei uns einfach in der Wohnung war. Was ich persönlich sehr unverschämt finde. Und wir brauchen noch ein Fitnessgerät. Das könnten wir uns auch nochmal eben zulegen. Äh, wie schnell ging das denn jetzt? Hauptsache, die sind direkt wieder hier oben. Äh, ich hole mal noch ein Fitnessgerät. Damit wir noch ein bisschen Sport machen können. Ähm, am besten ein Laufband. Oder sowas hier. So eine Yogamatte geht ja auch, ne? Ist ja auch Fitness, ne? Ah, ne, ist Wellness. Hm. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas für Fitness. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal so ein Laufband hier. Das geht doch immer am besten. Gönnen wir uns das einfach mal. Wir haben ja ein bisschen Geld. Ähm, stelle ich jetzt auch erstmal hier rein. Weil das Zimmer ist ja jetzt gerade ungenutzt. Und warum sollte man da nicht ein Fitnessstudio rausmachen erstmal? So, dann würde ich nämlich sagen, kannst du nämlich mal ein bisschen trainieren gehen, bevor du schlafen gehst. Und ich weiß auch nicht so genau, warum die hier die ganze Zeit mit ihren Winterklamotten stehen. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Äh, Outfits ändern, Outfits ändern. Äh, mach mal hier so normale Sachen an. Sehr gut. Das sieht doch schon viel besser aus, mein kleiner Freund. So gefällst du mir doch schon. So, die Tiere sind versorgt. Sie essen und leben. Das finde ich gut. Äh, du bist am Schlafen. Das finde ich auch gut. Und du bist am trainieren. Das finde ich auch gut. Melina ist mal wieder penetrant, wie immer. Ich mache mal auch schnell. Aber sie muss dringend ein bisschen abnehmen hier. Level 3 der Fitnessfähigkeit. Sehr gut. Ella, renn um dein Leben. Uh, sie rennt. Wie sie aber auch rennt. Sie gibt einfach alles. Oh, das war knapp. So, Melina Wutz. Da, ist... Es ist Bärennacht in der Bar. Lust hinzugehen? Nein. So, wir machen noch einmal energiegeladenes Training. Nein, du brauchst jetzt nicht direkt wieder essen. So, einmal noch trainieren. Und dann kannst du auch schlafen gehen, meine Liebe. Sehr gut. Ich glaube, das sieht man jetzt schon. Schon deutlich besser geworden. Dann kann sie nochmal eben was essen. Und dann würde ich sagen, geht sie ins Bett. Wie sie so ein bisschen unmotiviert auch ist, ne? Man sieht sie schon ein bisschen an. So, und dann kann sie nochmal eben was essen gehen. Ein Gericht nehmen. Und du, mein lieber Freund, kannst ins Bett gehen, aber nicht... Ah, doch. Nee. In welches Bett gehen wir denn jetzt? Ach, scheiße. Das war jetzt das falsche Zimmer, ne? Egal. Dann gehen wir hier ins Bett. Ist doch alles egal. Wir schlafen einfach irgendwo. So, legt euch hin. Gute Nacht. Die Katze kommt auch direkt mit ins Bettchen. Oh. Einfach süß. Einfach süß. Und dann hat sie sich doch anders überlegt. Dann denkt sie so, nee. Also wenn der da jetzt pennt, dann will ich da nicht pennen. So, du gehst jetzt noch was essen. Und dann kannst du dich auch hinlegen. Okay, dann musst du vielleicht nochmal eben auf Klo. Das können wir auch nochmal eben machen. Und dann aber ins Bett. Dann haben wir es, glaube ich. Aber irgendwie ist die Wohnung schon cool, oder? Also hat schon irgendwie Style, ne? Also so wie wir hier leben. Ist nicht schlecht, finde ich. Ist wirklich nicht schlecht. Das Essen sieht abartig widerlich aus. Aber gut, ist ein Würsttier mit Bohnen. Ich tue mal das restliche Essen in den Kühlschrank legen, bevor die Katze hier wieder meint, das wäre ihrs. Und der krümmelt sich hier so in die Küche rein, anstatt, dass er sich hier so schön aufs neue Bettchen legt. Nein. Er krümmelt sich da lieber in die Küche. Und er hat ihn wieder geweckt. Hört doch mal auf mit sowas. Oh, Entschuldigung. Schlafen. Er geht einfach auf die andere Seite. Weißt du, wenn du mich auf der Seite wechseln, gehe ich einfach auf die andere Seite. Da kenne ich nichts. Das bin ich. Hört auf zu klappen, ihr Hunde. Ruhe. So, komm, du hast genug gegessen. Geh endlich auf Klo und dann ins Bett. Es wird Zeit. Genau, eben noch abräumen. Wie er da einfach sitzt und bellt, ey. Wuff. 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 Er ist einfach überzeugt. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass wir jetzt hier so in die Großstadt gezogen sind. Ich mag das. Ich finde das sehr cool. Dann leben wir diesen Lifestyle auch mal. Hatten wir ja bisher so noch nie. Also, beziehungsweise wir waren schon mal kurz da. Ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Familie. Aber lange Zeit haben wir hier nicht gewohnt. Wir sind dann immer direkt in Häuser gezogen. Und so eine Mietswohnung hat halt auch mal was. Ist halt mal ein bisschen anderes. Äh, bisschen was anderes. Und, ähm, ja. Hat irgendwie auch Style. Ich mag das. Und hier erlebt man natürlich noch mal ganz andere Sachen, die man sonst in so einer Wohnung natürlich nicht erlebt. Und wir werden das Ganze hier auch noch ein bisschen umbauen, umräumen. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. Äh, 17.000 Simoleons. Ich denke, das reicht, um hier noch ein bisschen was zu verschönern und so zu machen, wie wir das gerne hätten. Äh, ich meine, diese gelben Möbel, naja. Ne? Kann man, kann man mal machen. Aber ist irgendwie, irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht. So, alle ins Bett. Und los. Ich glaube, jetzt schlafen endgültig alle. Außer die Tiere. Tiere legen sich jetzt so nach und nach zum Schlafen. Wer war denn so schlau? Ja. Cookie war schlau, genau, um sich das Bett zu sichern. Kluger Hund. Und die anderen beiden stehen hier einfach nur gruselig neben dem Bett rum. Aber bis jetzt schlafen alle. Das ist schon mal schön. Du bist jetzt gleich wach. Dann kannst du mal eben dich schon mal fresh machen hier. Duschen. Und Klöchen. Und dann kannst du noch was frühstücken gehen. Ähm. Wir machen mal Reste nehmen. Dann haben wir die nämlich auch weg. Ja, so voll schlechte Laune. Also, wenn ich so morgens aufwachen würde, dreckig, dringend Pipi, dann ist sowieso vorbei. Dann hat man schon schlechte Laune. Das stimmt allerdings. Da stimme ich ihm voll zu. Kann er eigentlich auch mit den Tieren in Gassi gehen? Geht das? Nee, der kann nur bitten, das Geschäft zu erledigen. Machen wir mal. Gucken, ob das funktioniert, ob er dann alleine geht. Machen wir auf schnell. Das müssen wir uns ja jetzt nicht alles unbedingt noch angucken. Nivabi. Die Stimme von ihm. Irgendwie süß. Hä, was macht er denn jetzt? Achso, sagt er ihm das jetzt schon. Okay. Ah, er geht tatsächlich. Er geht tatsächlich alleine. Das ist natürlich sehr praktisch. Kann ich. Ja, das kann ich hier jedem sagen. Dann lasse ich hier gleich mal jedem das Geschäft erledigen. Das ist doch sehr schön. Cookie schläft noch. Den lasse ich auch erstmal. Wir gehen jetzt nochmal im Pipi. Und dann essen wir was Leckeres. Jonah muss in circa eine Stunde bei der Schule sein. Okay, das schaffen wir glaube ich noch. Wir haben die Hausaufgaben leider nicht gemacht. Aber gut. Einmal aussetzen ist auch nicht schlimm. Papa ist auch schon wach. Der hat sich auch schon ein paar Würstchen mit Bohnen genommen. Die frühstückt er jetzt. Das ist sehr gut. Oh, erstmal die Wunde natürlich. So, Wanda ist auch Pipi machen. Sehr gut. Dann wann alle Pipi machen außer Cookie. Den werden wir das jetzt auch noch sagen. Den werde ich jetzt erstmal die Freundschaft hier anbieten. Sollen wir Freunde sein? Und er so? Ja. Aber ich kann ihm, ihm kann ich das doch. Ihm kann ich das auch sagen. Sehr gut. Dann sage ich ihm das nämlich auch. Und dann haben wir nämlich alles. Was hat er denn? Geld? Er hat Geld gemacht. Also das ist wahrscheinlich dieses Merkmal, ne? So, Cookie war jetzt auch Pipi machen. Da kommt Wanda. Wanda kommt wieder so traurig hoch. So, sie denkt so. Warum kann keiner mit mir in Gasse gehen? Warum kümmert sich denn niemand um mich? Warum bin ich so ein armes Tier und muss hier leben mit denen? In so einer Großstadt. Das ist einfach nicht schön. Das Kind hat keinen Spaß in seinem Leben. So, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen. Äh, Wanda streichen können wir jetzt auch nicht mehr. Mit Brent plaudern können wir auch nicht mehr. Wir müssen jetzt los. Äh, in die Grundschule. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und hör bitte auf, durch das Holz zu laufen, wo du dich durchpasst. Danke. Er geht trotzdem durch, weißt du? Er macht es einfach trotzdem. So, wir sind auch wieder wach. Dann gehen wir jetzt auch nochmal duschen. Und auf Klo. Und was Frühstück. Wie jeden Morgen. Ähm, ein Gummis. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir nehmen uns auch die Reste. Und ja, liebe Freunde. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Äh, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das jetzt findet, dass wir jetzt hier eingezogen sind. Und jetzt hier in diesem, ähm, Wohnkomplex wohnen. In der Mietswohnung. Äh, schreibt mir das gerne. Und, ähm, ob ihr vielleicht noch coole Vorschläge habt, wie wir das Ganze hier einrichten. Und was wir mit dem Raum machen, den wir übrig haben. Weil wir haben ja jetzt quasi ein Schlafzimmer zu viel, weil wir ja noch kein zweites Kind haben. Was vielleicht aber ja noch kommt. Und deswegen ist das ganz praktisch, dass wir vielleicht schon direkt die Wahl haben, dass wir noch ein drittes, äh, Zimmer haben. Wo wir auf jeden Fall noch was anderes reinmachen können. Finde ich sehr gut. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und gebt der Folge gerne einen Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und ich sage bis demnächst. Hau da rein. Tschüss.